. 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 spielschirm das letzte mal hatte es in einem sehr epischen und interessanten endkampf geendet gegen die fliegende bedrohung genannt linus die dann als wingly sich entpuppte und weg geflogen ist mit dem mond deutsch zu ihrem geliebsten 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 die er zu ihrem liebsten für den sie ihn gestohlen hat und wir müssen sie jetzt verfolgen zur elisabucht korrekt glaube ich so ungefähr müsste es stimmen das immer auch schon wunderbar ganz kurz nach den charakteren ob es etwas neues noch gibt es sieht eigentlich fast alles so aus also nichts neues zusätze passen auch alle soweit zu deutsch stahl klinge und gesprochen in deutsch gestellte klinge also hat sich alles etwas verschoben mit der übersetzung aber ansonsten naja ich werde euch nicht aufhalten ihr könnt gerne vorbei da bin ich auch offen wir haben eine mission zu erfüllen ja wie man sieht der letzte kampf hat viele 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 items gefordert und wir haben kein geld mehr und müssen jetzt nach dönau und müssen jetzt nach dönau Nach Dönau. Nach Dönau, der Blütenstadt. Denn da liegt das Schiff an, das uns jetzt zur Elisabucht bringt. Es kommt nämlich auch gleich einer meiner etwas unlieberen Arts, muss ich sagen. Aber er ist interessant, also er ist cool gemacht auf jeden Fall. In die Barrens. Wir gehen jetzt in die Barrens. In die Barrens gehen wir, cool. Lauf, schneller! Das gelbe Dreieck hat uns fast eingeholt. Ja, Kämpfe sind nicht zu vermeiden. Sie kommen einfach auf Gewürze oder Licht. Aber wir brauchen das Training für unsere Zusatzer auf jeden Fall. Und vor allem brauchen wir endlich mal den dritten D-Level von Dart. Der hängt irgendwie extremst hinten dran. Na gut, wir hatten den die ganze Zeit ja überhaupt nicht. Ja, das ist halt genau das, dass er da nicht Punkte sammeln kann. Das ist echt übel. Ha! Geht noch! Okay! Es geht noch! Ich krieg ihm gerade noch so hin. Ja, Roses Zusätze sind eigentlich relativ einfach, abgesehen von den letzten zwei. Also, die Hardback geht noch. Aber ihr letzter ist schon... Der Mondentanz. Genau, der ist nicht ohne. Aber, alles machbar. So, Donau, The Flower City. Mach's den Weg, mach's den Weg, mach's den Weg. Mach's den Weg, mach's den Weg. Dass zusätzlich noch heiß und fettig ist. Genau, immer. Wir haben den Braten in der Röhre. Da, 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 da. Ist das ein Schiff? Äh, Kongol ist aufgeregt. Das ist größer als ich. Also, ist das die Queen Fury? Ihr müsst dort sein. Ja, ja, ja. Ja, das bin ich. Und du bist? Ich bin Kyla. Ich bin ein Crewmitglied der Queen Fury. 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 Ich gehe den Commodore... äh, Boden. Commodore, Commodore Polar. Dad und seine Freunde sind hier. Was, Kaya? Sei ruhig. Ähm, ein Mann, der sehe ich, sollte ein großes Herz haben. Manchmal hörst du den Wellen zu und, äh, projizierst deine Träume auf den Ozean. Das ist die Romance eines Mannes. Commodore, Dad und seine Freunde sind hier. Du hast auch die Order vom König bekommen, weißt du noch? Oh. Ihr seid die mutigen jungen Leute, die die Badinten verjagt haben. Ähm... Ihr habt es für euch verdient, Gäste auf meinem Schiff zu sein, der Queen Fury. Dankeschön. Aber... Wir wollen nicht als Gäste behandelt werden. Wir müssen Lenus, ähm, verfolgen. Genauso wie ihr. Ah, das mag ich. Wir sind, ähm, ähm, fertig zum Auslaufen, Sir. Ich verstehe. Ähm, also das Einzige... Was jetzt noch übrig ist, ist, dass ihr... An Bord kommt. Soweit ihr dann, ähm, bereit seid, werden wir in den Ozean stechen. Haha, sterben Ozean. Ja, genau. Das würde ich sehen, wie lange man da stechen muss. Wir haben auf euch gewartet. Seid ihr fertig? Ja. Ja. Ähm, na, los. Ja. Wir segeln. Setz die Segeln. Setz die Segeln. Ja, los, wir segeln. Ja, klar. Gott, ey. Ich und Englisch, wir werden einfach nie Freunde. Oh mein Schiff. Ja, das ist schön. Das Schiff wird so schön über den Ozean. Oh nein, ich meine von Vögeln. Die Vögel 2. Viele Dinge sind geschehen. Ich war in einem Gefängnis und Darth kam, um mich zu retten. Äh, wir waren mit Lawitz zusammen. Nun sind wir hier und wir verfolgen Lloyd. Da sind so viele Sachen, die ich nicht verstehe. Der Mond, der niemals untergeht. Die Stimme des Virage. Ich wünschte, ich könnte fliegen wie ihr. Aber es bringt mich nirgends wohin. Ach, genau. Aber es bringt mich nirgends wohin. Darth würde mich auslachen. Darth. Ich frag mich, wo er ist. So, jetzt sind wir auf dem Schiff. Ich werde mal kurz abspeichern. Das hier ist jetzt, ähm, ja, so eine kurze Rennerei. Wir suchen jetzt alle Teammitglieder. Und dann wird, äh, ja, entsteht da so eine kleine Konversation zwischen denen, wo man noch so ein bisschen was mitbekommt. Oh, Entschuldigung. Habe ich denn viel zu schmutzig gemacht? Ja. Hast du. So. Ablecken. So. Wir müssen jetzt hier nach ganz oben, denn da irgendwo steht Darth in Gedanken versunken. Das ist schon mal Haschle. Das ist schon mal Haschle. Haschle, Haschle. Da bist du Darth. Hallo Darth. Darth. Äh, wenn Menschen auf die, auf die, auf das Moment, stopp. Wenn Menschen in die See stechen, denken sie über vieles nach. Freundschaft, Liebe, Leben und Romanze. im moment vermutlich ist darts herz auf wanderschaft durch mutter ozean ja irgendwie schon was für ein verängstigendes gesicht ich glaube er denkt über das schwarze monster nach ich habe ein bisschen nachgedacht über die vergangenheit und die zukunft und über dich und mich vielleicht eines tages wird unsere reise enden ja eines tages aber ich frag mich wie das dann aussehen wird ich möchte gerne bei dir sein darts begraben klang gerade so aber niemand weiß etwas über die zukunft jetzt haben sie verletzt liebe und segeln sind das gleiche wenn du nicht gegen die Wellen schwimmst die das sind ganz wichtig ist das ist ein Teil wenn du nicht gegen die Wellen schon so einfach nur genießt die Probe das ist der Weg genau allein nachzudenken ist manchmal gut aber manchmal wenn du anderen zuhörst das wird sich dein Weg zeigen das schwarze monster das schwarze monster ist alles an was ich das schwarze monster ich weiß immer noch nichts über es vielleicht weiß Rose etwas darüber vielleicht wer weiß das schon ich weiß ich weiß ich auch schwarze monster und so ne es wird sich noch erschließen da bist du ja Rose da bist du ja Rose ja da bist du 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 ja kann ich dir helfen es geht um das schwarze monster ich dachte du weißt irgendetwas darüber Rose das stimmt du bist auf der Reise nur für das aber leider aber leider habe ich nichts was ich dir sagen kann oh was wirst du tun wenn du das schwarze monster erfunden hast was wirst du dann mit ihm tun was wirst du dann mit ihm tun wirst du es töten für die Rache an dein ne für deine Eltern zu rächen genau für die Eltern zu rächen wird das deine Gefühle befriedigen naja Rache wird nichts ändern das ist was ich von Lawitz gelernt habe um dir die Wahrheit zu sagen ich weiß immer noch nicht was ich tun werde oder was ich tun werde wenn ich dem schwarzen monster gegenüberstehe ich will einfach nur wissen was es ist ich verstehe ähm naja ich kann dir eine Sache sagen weißt du was die wirkliche Kraft äh was für den wirklichen Grund was für die Kraft der Türguns steckt Krieg äh Krieg äh Krieg äh Krieg äh wenn sie verrückt werden wenn sie verrückt werden ah genau ok es ist fast das gleiche wie Rache dies ist ein Werkzeug äh um den Wahnsinn zu kontrollieren mhm und dieser Wahnsinn ist die Quelle der Kraft der Dragoons der Drachenritter äh das wusste ich nicht eines Tages wird irgendetwas geschehen und wenn du dann deinen wahnsinnig unter Kontrolle hast ähm ich muss gerade überlegen was er in deutsches hat ähm ähm ich muss gerade überlegen was er in deutsches hat in der Verzene also ich sah auf jeden Fall dieser Wahnsinn ist die Kraftkönle der Dragoons und wenn er wenn er wenn er dem Wahnsinn in Stand halten kann setzt er seine Geist aufs Spiel also seine Menschlichkeit auf Deutsch gesagt also es ist echt blöd übersetzt Entschuldigung es war nur Unsinn es ist okay wenn ich mit Leuten fertig bin werde ich meine Reise fortsetzen ähm um das schwarze Mannset zu verräumen und wenn ich dem Gegenüber stehe vielleicht finde ich dann meine eigene Antwort Tell ich habe ein Geheimnis ich beleide ich was von Titanic ich fliege ja mir ist so kalt ähm meins ist nicht die Reise ich sollte ein bisschen spazieren gehen ah ok ja da move down 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 up and down up and down doing 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 Du kriegst mich nicht. Boim, 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 boim. Ah, schuldig. Denkst du über irgendwas nach? Ah, Rose. Willst du über deine Liebe reden? Stimmt. Ich bin nur ein bisschen herumgelaufen und bin dann hier gelandet. Kann ich dich etwas fragen? Sicher. Warum bist du mit uns unterwegs? Ich habe gehört, dass es am Anfang wegen Darts Dragoons Bird war. Aber ich glaube, das ist es noch nicht ganz. Ich glaube, vielleicht ist diese Reise eine kleine Pause für mich. Pause. Na ja, jeder hat seine eigenen Gründe. Aber du... Du siehst aus, als würdest du dich selbst zu Tode hetzen. Ich glaube, ich würde da etwas hinangezogen. Ich kann nicht über andere Leute urteilen. Haschels Vergangenheit. Haschels... Home Village vor 25 Jahren. Ta! Claire! Deine Schritte während der Attacke sind zu langsam. Ähm, take more precise, fast das selbst... Also, schnellere, präzisere Schritte. Ja, Vater. Du Idiot. Während des Trainings... Äh, darfst du mich nicht als dein Vater betrachten. Nenn mich Meister. Okay, Meister. Es tut mir leid, Meister. Nenn mich dein Meister. Ich bin dein Schogeldabüter. Los, bezahle, bezahle. Claire, du, meine Tochter. Ah, ähm, du, meine Tochter, warst der einzige Werbe unserer alten Rogue-School-Kampfkunst, genau. Ta, ja, ja. Hier. Claire. Du kannst nicht die Rogue-School eines Tages leiten mit solchen erbärmlichen Fähigkeiten. Da, 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 da. Da, bumm. Du hast da einen tödlichen Schlag entwickelt, oder? Oh, Lotta, was ist los? Das wird ja die Fresse poliert. Lotta, was ist los? Oh, Lotta. Geh mir aus den Augen. Lotta. Geh mir aus den Augen. Piss dich, du Spitz. Ja, tschüssi. Ich geh schon, oder? Ich habe aus Zorn geschrien. Ich bin nur weggerannt von dem Schmerz, der mich übermannt hat als Meister und als Vater. Es sind 20 Jahre her, seitdem ich das Dorf ließ und Claire verfolgte. Aber alles, was ich gefunden habe, war meine eigene, ich weiße, Immaturity. Ja. Immaturity. Als die Zeit vorbei ging, habe ich meine Gründe für die Reise vergessen. Ich kenne mich schon. Aber Dart und die anderen haben ja einen neuen gegeben. Ich glaube... Was ich jetzt durchlebe, ist die Reise... Das, was ich jetzt durchlebe, ist, dass ich die jungen Leute unterstütze. Bei einer Reise, ja. Irgendwie so. Das ist komisch. Ups, ups. Ich habe zu viel nachgedacht. Muschi. Bekannte Muschi. Okay. Bekannte Muschi. Okay. Na ja, vielleicht ärgere ich Kongol ein bisschen. Ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, es hat ihn nicht aus den Latschen ge... Nee. Ich hoffe, die Seekrankheit hat ihn nicht aus den Latschen kippen lassen. Ja, genau. Der Kongol. Wo ist der Kongol? Der Kongol ist unten in der Maschinenraum. Wow. Kannst du nicht die Seele ausbleiben? Ja. Hoffentlich. Er hat es verdient. Ja, ja, ja. Es ist gut. Ich bin schon wieder durchgetappt. Ich weiß es. Ich bin schon wieder durchgeteilt. Was machst du denn hier unten alleine? Kongol immer alleine ist. Das bist du nicht. Freunde, ich verstehe noch nicht. Kongol ist hier, um mit anzuschauen, ob ihr Anführer werdet. Nicht wie Dole. Dauere. War das der Konferenz einer Reise? Stimmt's? Das war der Konferenz einer Reise, stimmt's? Hm. Warum redest du da nicht mit Albert? Vielleicht weiß er etwas darüber. Oder etwas über Dole's Geschichte. Äh, Menschenkönig. Was hat das gerade gemacht? Okay. Ich werde explodieren. Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Was hat das gerade gemacht? Kahnt das war die Steine? Ja. Die Klingt dann frisch. Äh, ich bin trotzdem. Ich bin da in Arbeit. Ich bin da in Atmen.